Moin Leute, heute habe ich nicht so viele Nachrichten für euch, weil einfach nicht so viel passiert ist. Dann nächste Woche aber mehr, weil da ist dann wahrscheinlich das ein oder andere neue Auto noch in Pepe Beach vorgestellt worden. Aber heute habe ich auch zwei für euch. Zwei neue Autos oder fast drei. Oder vier? Na, wir werden sehen. Starten wir mit BMW. Und zwar haben die endlich jetzt das finale Design vom Konzept Auto in Pepe Beach vorgestellt vom Z4. Das soll ich noch erwähnen, vom Z4. Ich hatte das schon in den letzten Sendungen angeteast, beziehungsweise BMW hat es angeteast. Ich habe es nur weitergegeben. Und jetzt haben wir endlich das finale Design. Es ist noch das Konzept Auto. Das heißt, so werden wir es nicht auf der Straße sehen. Aber ich habe gehört, dass das Design schon sehr nah an dem Serienprodukt dran sein wird. Das Serienprodukt wird noch ein bisschen dauern, bis das rauskommt. Das wird wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten irgendwann vorgestellt. Vielleicht auch schon ein bisschen schneller, vielleicht in den nächsten paar Monaten. Aber es wird noch dauern, bis wir einen neuen Z4 auf der Straße sehen. Ich muss aber sagen, das Design ist wirklich echt geil. Also hätte ich BMW nicht richtig zugetraut. Es ist viel kantiger und sieht auch alles ein bisschen aggressiver aus und macht den Z4 wirklich zum bannenden Auto tatsächlich. Wirklich sehr schön. Ich mag kantiges Design von Lamborghini. Kennt man das vielleicht bei mir? Bleiben wir nochmal bei BMW. Und zwar haben die jetzt wieder das nächste Teaser-Video rausgebracht vom neuen M5. Und ihr seht es hier. Mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Es ist ein Teaser-Video. 610 PS wird der wahrscheinlich haben und mehr weiß man halt auch noch nicht. Mal gucken, wann der dann jetzt endlich kommt. Und dann sind wir auch schon bei Estin Martin angekommen. Die haben jetzt ein neues Auto vorgestellt aus der Zusammenarbeit mit Zagato. Das ist eine Design- und Entwicklungsfirma aus Italien. Die hatten schon das Coupé und das Cabrio vorgestellt, beziehungsweise das verkaufen sie auch schon. Davon gibt es 99 Stück. Alle Autos, es wird am Ende 4 Stück geben, basieren auf dem Estin Martin Wenkisch mit dem V12 Saugermotor mit 592 PS. Also daran ist wirklich gar nichts gern. Das ist rein das Design, was da verändert wird. Und es wird insgesamt 325 Autos geben. Denn von dem Speedster, der jetzt vorgestellt wurde, wird es nur 28 geben. Das Ding sieht wirklich cool aus, hinten mit den Höckeln da, wie Speedster typisch ist. Es wird aber nicht mit einem elektrischen Dach wahrscheinlich kommen, aber es gibt weniger davon. Man muss Abstriche machen beim Verdeck, aber es wird teurer. Der Wagen wird wahrscheinlich über eine Million Euro kosten, während die anderen drei Modelle, es kommt nämlich noch der Shooting Brake, da habe ich nur dieses Bild für euch, was aber noch kein offizielles Bild ist von Estin Martin. Die kosten alle etwa eine halbe Million, sind aber auch schon alle verkauft, soweit ich weiß. Also ziemlich abgefahren. Man kann einfach mal einen alten Wenkisch nehmen, neues Design draufpacken, limitieren. Natürlich alles mit bekannten Marken. Und trotzdem sehr, sehr schöne wirklich Autos verkaufen. Ich finde, die sehen wirklich sehr geil aus. noch mal wesentlich besser als der Wenkisch, aber schade, dass das nicht quasi für die Masse gemacht wird. Also Masse auch da relativ gesehen. Dann mal News von Lamborghini hatten wir hier, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Der Performante ist gerade rausgekommen und es war absehbar, dass Lamborghini auch vom Performante einen Spider macht. Und da gibt es jetzt die ersten Bilder, wo der noch so ein bisschen getarnt durch die Straßen fährt. Finde ich spannend. Ich meine, Performante ist wirklich rein für den Racetrack eigentlich gemacht. Man kann ihn im Alltag fahren, da fährt er auch perfekt. Aber Spider ist eigentlich mal so ein bisschen kontraproduktiv, was den Racetrack angeht. Aber auch da, wenn man den geilen Sound hören will, ich meine, Dach runter durch den Tunnel fahren, das muss brutal sein. Und es ist ein mega geiles Auto. Spider, ja. Ich würde ihn wahrscheinlich, also wenn Performante, dann nur Coupé. Aber es wird auch da Käufer geben und es ist krass. Ich bin ihn gefahren. Das ist ein mega geiles Auto, wirklich. Die letzten News, wie gesagt, heute habe ich nicht so viel für euch. Es gibt ein Video von einem Volkswagen ID.Bus Neo Type 2 Konzept, wie dieser Wagen tatsächlich auf der Straße fährt. Der Wagen ist eigentlich ein Konzeptauto, was Anfang des Jahres in Detroit bei der Autoshow vorgestellt worden ist. Es ist ein Konzeptauto von dem T-Bus oder wie man den nennt, der rein elektrisch fährt und eigentlich ein ganz süßes Design hat. Und jetzt wurde der Wagen auf der Straße gesehen und ich hatte auch schon gelesen, dass der T-Bus elektrisch so irgendwie auf die Straße kommen wird. Also, spannende Geschichte. Wollte ich euch nicht vorenthalten, das kleine Video. Und wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert und dann sehen wir uns irgendwie im Laufe der Woche. Da werden wir noch ein paar Videos veröffentlichen, aber dann zu den News wieder Ende nächster Woche. Ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende jetzt. Bis dann. Ciao.